Heute schauen wir uns an, die von Canonical vorgestellte Snap-Paketverwaltung, was diese Paketverwaltung alles kann und ob sie gut oder eher böse ist, denn in der Community selbst ist sie immer höchst umstritten. Doch was es damit wirklich auf sich hat und ob vielleicht ein paar Dinge schon veraltet sind, genau das schauen wir uns heute an. Und dieses Video ist auch zu verdanken dem Benutzer Topspin, der mich auf die Idee gebracht hat, sich mal näher mit SnapDee und SnapSelbst zu befassen und einmal darüber zu sprechen, was meine Ansichten darüber sind. Und ich habe heute relativ lange darüber recherchiert, die Vor- und Nachteile, was man hier wirklich empfehlen kann oder nicht empfehlen kann und versuche dies natürlich so objektiv wie möglich zu halten. Aber natürlich ist das auch wieder einer meiner Meinungen, die ich hier widerspiegle. Und ob ich das empfehlen kann oder nicht, das erfährst du jetzt dann gleich hier in diesem Video. Zum einen, dass der lautstärkste Gegner von SnapSelbst ist Linux Mint. Linux Mint ist ebenfalls ein Ubuntu-Derivat, das sich von Ubuntu ableitet. Diese arbeiten aktiv gegen Snap und versuchen alles Mögliche daran zu verhindern, dass man Snap-Pakete verwendet. Der Mitbegründer eben Clement Levpreff sieht eben darin hingehend keine wirklichen Vorteile, weil es hier auf proprietäre Software setzt und man ist eben angewiesen darauf, dass man Snap-Pakete von Canonical-spezifischen Quellen installiert. Das bedeutet, die Snaps, die wir einsetzen, kann man natürlich auch lokal installieren. Allerdings die Snaps aus der Paketverwaltung selbst, die kommen alle von den Canonical-Servern und man hat keine Möglichkeiten, diese nach aktuellem Stand zu umgehen. Es gibt zwar die Möglichkeiten, das Ganze auf Unternehmensbasis hier eine Markenversion des Snapstores zu implementieren, allerdings ist das nur die Oberfläche. Im Hintergrund wird das Ganze nach wie vor von Canonical gemanagt, die Servers sind alle von Canonical bereitgestellt. Man kann sich das in etwa so vorstellen, als würde man einen Apple App Store oder Google Android Play Store nutzen. Das heißt, hier die Basis stellt alles der Anbieter zur Verfügung und den Rest eben kümmert die User nicht, ob das jetzt von Apple direkt kommt, von Android oder Google direkt oder eben von Canonical. Und genau daran stört sich eben der Mitbegründer von Linux mit und arbeitet dahergehend aktiv dagegen. Zudem eben die Software von Entwicklern ja auch oft als Open-Source-Software released wird, bricht Canonical eben damit auch eine lange Tradition, nämlich dass dem Snap-Paketen, dass die Verteilung selbst über proprietäre Software stattfindet und daran stoßen sich auch viele Linux-User, die eben der Meinung sind, sie wollen einfach alles offen haben, es muss alles zugänglich sein und man will der eigene Herr der jeweiligen Software sein. Soviel zum Thema der stärkste Gegner und auch hier gibt es eben viel Beef zwischen den einzelnen Community-Mitgliedern. Unbestritten ist auf jeden Fall der Vorteil, dass es eben zu einer besseren Verbreitung der Software führt und zu einer leichteren Installation der Software und genau das ist ja auch der Riesenvorteil von Snap- beziehungsweise von Paketverwaltungssoftware, dass wir das Ganze einfach nutzen können und das in einer breiten Masse an Betriebssystemen nutzen können. Nämlich hier sind dann auch Nischendistributionen gemeint, die Distributionen, die nicht so bekannt sind oder wo die Paketverwaltung auch nicht regelmäßig aktualisiert wird und hier kann man gerne auf Snap zurückgreifen und wir haben dann ein mächtiges Tool, ein Repository, das wir dazu nutzen können, auch abzudaten und so weiter und genau auf das zielt das eben auch ab. Stell dir mal vor, du bist Entwickler und entwickelst eine eigene App für irgendetwas, das läuft zumindest gut getestet auf Ubuntu, du weißt aber nicht, ob das Ganze auch auf Linux Mint, auf Debian, auf Red Hat, CentOS, Fedora und so weiter läuft, auf verschiedenen Distributionen und da läuft auf jeden Fall Snap drauf und man kann dann mit dem einen Paket quasi die ganzen Distributionen abdecken und somit verbreitert man seine Vielfalt an Software, an mögliche, viele potenzielle Anwender und das ist der entscheidende Vorteil und natürlich auch die einzelnen Distributionen müssten vorher immer ihre Anpassungen machen an die Bibliotheken und so weiter und das entfehlt eben mit Snap auch. Denn wir haben hier ein Paket für alles, das bedeutet eben, die Linux-Entwickler brauchen nur ein einziges Snap veröffentlichen und decken damit die Vielzahl der Distributionen ab und hier ist dann auch das Problem, dass in diesen Paketen so gesehen auch die Bibliotheken enthalten sind und dadurch die Software automatisch größer wird. Bedeutet eben, wir haben hier die mitgelieferten Pakete, die der Entwickler sagt, ich brauche das für mein Snap-Paket und dann kann er das auch jeweilige Paket auch immer updaten und die dazugehörigen Libraries ebenfalls. Und das Ganze kommt auch immer wieder mit den Thematikern her, veraltete Software, Snap-Pakete werden nicht richtig gewartet und so weiter. Das mag natürlich für den ein oder anderen Softwarehersteller stimmen, doch für die beliebteste Software und für die Software, die die meisten nutzen, stimmt das auf gar keinen Fall, weil hier hat sich Snap schon sehr gut weit entwickelt. Das können wir am besten nachsehen, indem wir uns einfach mal den Snapcraft Store anschauen. Den finden wir unter snapcraft.io und dort können wir zum Beispiel schauen, wenn wir hier ein bisschen uns durchschauen, Bitwarden ist hier dabei, Telegram natürlich die Software und auch PRP-Storm, wenn wir hier zum Beispiel PRP-Storm, eine Entwicklungsumgebung schauen, haben wir hier rechts oben die Möglichkeit. Wir haben jetzt gerade den 4. Mai beziehungsweise den 5. Mai, je nachdem, welche Zeitzone wir uns gerade befinden und hier sehen wir, die Software ist dann zuletzt hier die Edge-Version am 29. April, 17. April. Software wird nicht jeden Tag released und auch hier sehen wir, dass das Ganze relativ aktuell gehalten wird. und was ich gerne auch nehme, ist Nextcloud zum Beispiel. Suchen wir mal nach der Nextcloud. Die gibt es nämlich auch als Snap-Paket und damit spart man sich auch irrsinnig viel Zeit. Nextcloud selbst, hier haben wir die Nextcloud 23. Version und wir sehen auch hier die letzte Stable, 16. April, gerade mal zwei Wochen alt und die letzte Edge-Version, also die Beta-Alpha-Version, 2. Mai, die ist gerade mal zwei, drei Tage alt und das sind dann auch schon wirklich Sachen, wo man sagen kann, okay, da wird wirklich viel Wert drauf gelegt und natürlich hat das eben auch einen Sinn. Und wie man auch anhand von Nextcloud sieht, in den Nextcloud-Dokumentationen selbst, wird Snap immer wieder angeführt, weil es eben einfach zu warten ist, einfach zu installieren ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr Ressourcen braucht, gerade im Speicherplatzsektor. Doch da haben wir ja kein Problem, in der heutigen Welt mehr, zumindest wenn es sich um halbwegs aktuelle Geräte handelt, weil jedes System mittlerweile mehrere 100 GB an Festwertenspeicher hat. Und auch hier der Mythos mit Snaps brauchen so viel Speicherplatz, das kann man bedingt zustimmen, natürlich, weil eben die Bibliotheken in jedem Paket mitgeliefert werden, allerdings brauchen auch zum Beispiel andere Programme viele Libraries, die dann im Kompletten installiert werden, obwohl wir nur einen Teil dieser Library benötigen würden für die Software. Und wie komme ich auf dieses Thema? Nämlich, wenn wir uns anschauen in meinem Blogartikel, diesen Blogartikel habe ich eben hier auch unten verlinkt, einfach den Link unten folgen, dort kannst du alles nachlesen mit den Quellenangaben. Ich versuche eben so objektiv wie möglich zu sein und genau auf das möchte ich auch eingehen. Nämlich, wenn wir uns auch kurz anschauen, es gab jetzt auch hier eine Änderung seitens Ubuntu zwischen 2004 und 2204, dass eben diese Snap-Pakete, diese Images auch gemountet werden und die erscheinen dann zum Beispiel beim LSBLK-Befehl oder auch beim DF-Befehl. Beim DF-Befehl wollen wir uns vielleicht nur versichern, dass wir genügend Speicherplatz zur Verfügung haben und dann wollen wir das nicht vollfüllen mit diversen Mounts von den Snaps selbst. Und das sieht dann im Prinzip so aus. Ich habe das ja jetzt hier gezeigt. 20.4 zeigt beim DF noch die ganzen Snap-Mounts. Wir haben hier über 10 Snaps, die jetzt auch gemountet sind. Zum Beispiel hier sehen wir den Docker, LXD-Snap und so weiter. Und beim 2204, wenn wir den DF-Befehl aufrufen, gibt es jetzt die Möglichkeit, einen Flag mit einzubauen für die Entwickler beziehungsweise von Snap, dass eben Snap-Volumes nicht angezeigt werden über den DF-Befehl. Sehr wohl bleibt es aber beim LSBLK-Befehl ersichtlich. Das ist auch hier sehen wir, der LSBLK-Befehl auf Ubuntu 22 zeigt die Snap-Container an, genauso wie 20.04 ebenfalls die Snap-Container angezeigt werden. Gut, kommen wir zurück zum Thema Speicherplatzverbrauch von Snaps. Bei Snaps selbst YouTube-Downloader habe ich hier ausprobiert, ein kleines Python-Skript, das eben ermöglicht, YouTube-Videos zu downloaden. Und das lässt sich normalerweise installieren mit dem Befehl curl und dann von der YouTube-Download-Org-Webseite und das Skript dann einfach starten. Das ganze Skript ist minimalst klein, das heißt, hier haben wir nur 1,8 MB an Speicherplatz belegt. Doch dann probieren wir mal, das Skript zu starten und siehe da, es fehlt Python 3, es fehlt diese Library, es fehlt diese Library und so weiter. Das heißt, diese müssten wir Ganze nachinstallieren. Je nachdem, welche Distribution wir verwenden, kann das problematisch sein oder nicht. Unter Ubuntu haben wir die Möglichkeit, einfach mit dem apt-Befehl auch den YouTube-Downloader via apt zu installieren und dann werden die ganzen Pakete installiert. Wenn wir jetzt nehmen 1,8 MB ohne den ganzen Libraries, wenn wir jetzt im Vergleich das Ganze mit Snap installieren, Snap install YouTube Download, haben wir unseren YouTube-Download, wir sehen das dann hier, mit 93 MB. Das heißt, hier haben wir ein Vielfaches von den 1,8 MB. Allerdings läuft da die Software dann drauf, mit 93 MB. Ja, die Software selbst, also hier brauche ich die Bibliotheken, um mein Skript laufen zu lassen. Wenn ich da jetzt den apt-Befehl ansetze, sehen wir das Ganze so hier, das ist jetzt ganz klein im Detail und hier sehen wir, welche Pakete hier installiert werden. Das ist ein ganzer Haufen von Paketen, diverse Libraries, Perl, Python, Libs für Wayland und Libx Composite und so weiter und so fort. Das heißt, hier wirklich viele Sachen, die hier mit installiert werden. Einfach nur mit dem Befehl apt install YouTube Downloader und dann haben wir einen Speicherplatzbedarf von 651 MB und damit haben wir eben schon ein Vielfaches, der 93 MB auch verbraucht, die eben unser Snap benötigen würde. Natürlich gilt das dann auch für andere Python-Skripte. Wenn wir zum Beispiel mehrere haben, bei Snap wird das Ganze immer im Paket mitgeliefert, allerdings hier braucht man das dann nur einmal installiert. Und dann kommt es auch immer auf die einzelnen individuellen Bedürfnisse an, die jeder Anwender so für sich hat. In der Regel, nach Statistiken, braucht man zwischen 10 und 15 Programme standardmäßig auf sein System. Natürlich das beliebteste ist immer der Browser selbst und dann ein paar andere Programme, die dann eben der Standardanwender so benötigt. Aber im Prinzip dreht sich heutzutage das meiste alles über den Browser, über die Office Suite, vielleicht Mail Client und dann Games oder ein paar spezifische Apps. Auch bei mir ist das nicht viel anders. Ich glaube, maximal verwende ich hier auch so um die 15 bis 20 Programme. Zeigen Sie ein bisschen mehr, wenn ich mal was testen tue. Aber ja, so sieht das Ganze aus und dann braucht man sich nicht so viel Gedanken machen über die Problematik mit dem Speicherplatzverbrauch. Gut, wenn wir uns das auch weiter anschauen, es gab nämlich auch hier, was viele auch sauer aufgestoßen hat, in der Linux-Community das Chrome-Debakel oder Chromium-Debakel und was ist hier geschehen beim Chromium-Debakel nun? Wie wir wissen, Ubuntu versucht ja selbst das ganze Snap zu forcieren. Ja, wir sehen, bei der neuesten Firefox-Version ist in Snap mitgeliefert worden, standardmäßig bei der Installation von Ubuntu und auch wenn wir sagen, wir wollen Chromium installieren, das Witzige dran ist, normal würden wir snap install chromium-browser nutzen. Das legitim vor, jeder weiß, es handelt sich hier um ein Snap-Paket, aber hier gibt es auch ein paar Unterschiede schon beim APD-Befehl. Wenn wir apt install chromium-browser nutzen, dann macht er zu Ubuntu folgendes, nämlich im Debakel, er installiert das Snap-Paket und nicht das APD-Paket, das Debian-Paket. Wenn wir das hier ansehen, sehen wir hier oben apt install chromium-browser und dann sehen wir hier installing the chromium-snap-app und wer nicht genau aufpasst, der weiß es vielleicht gar nicht und wir haben das Snap-App drauf. Das muss nichts Schlechtes bedeuten, wir haben die aktuellste Version drauf, in dem Fall chromium-101 schon und aber es kann natürlich sein, dass hier die Ladezeiten beim Starten eine Spur länger brauchen oder vielleicht die Systemressourcen aufgrund des Snaps-Paketes, der Bibliothek-Paket größer werden und wer das nicht weiß, dem fällt das vielleicht erst gar nicht auf oder wer eben einen Computer hat, der älteren Generation hat, wo der Speicherplatzbedarf sehr knapp ist, da kann es dann auch vielleicht Probleme geben, gerade dann, wenn wir hier auf lauter Snap-Pakete zurückgreifen. Aber in der Regel denke ich mal, den meisten Anwendern wird sich daran nicht stören, jedoch muss man eben darauf hinweisen, dass sich eben da auch die APD-Befehle hier Ubuntu dazwischen schaltet und dann eben auf die Snap-Pakete verweist und Snap-Installationen anstatt auf die normalen. Das trifft aber nicht auf alle Programme zu, sondern nur auf ein paar. Mir ist es auch zum Beispiel auch aufgefallen, bei dem YouTube-Downloader, dass es hier zum Beispiel nicht zutrifft, allerdings beim Firefox natürlich ebenfalls wieder. Doch zu guter Letzt auch noch die Geschwindigkeit, Snap sei ja sehr langsam beim Starten und so weiter, doch das verbessert sich jetzt seit knapp zwei Monaten, gab es einen Beitrag von den Canonical-Entwicklern und mit dem KDE-Framework und dort haben sie verschiedene Tests durchgeführt und auf einen neuen Algorithmus gewechselt, nämlich dem LZO-Algorithmus statt dem XZ-Algorithmus. Der Vorteil ist, sie haben dadurch eine Performance-Steigerung von 30 bis 60 Prozent erzielen können und eben alles nachzulesen, auch in dem Blog-Artikel von Canonical beziehungsweise über die KDE-Snaps und hier sehen wir auch die verschiedenen Testing-Methoden im Detail. Das kann man alles nachlesen, einfach Link dazu unten in meinem Blog folgen und dann auf den Blog-Artikel von den KDE-S gehen und hier sehen wir die verschiedenen Zeiten und wir haben hier wirklich eine massive Steigerung von knapp 30 bis 60 Prozent. Was wir aber allerdings im Gegenzug dazu einbüßen, ist der Speicherplatzbedarf. Der ist nämlich auch gestiegen, nämlich beim KDE-Framework von 337 MB auf 433 MB. Das heißt, hier haben wir über 100 MB an mehr Platzverbrauch. Allerdings bei einer Steigerung von 30 bis 40 Prozent in der Performance spielt das dann weniger die Rolle, sondern hier hat man sich dann auch entschieden, Steigerung ist hier wichtiger, die Geschwindigkeit ist hier wichtiger als ein weniger Speicherplatzverbrauch. Und genau auf das wird hier optimiert. Gut, wie sieht es dann auch in Zukunft aus mit den Snap-Paketen bzw. mit Snap selbst? Nun, Snap ist sicherlich jetzt hier, um zu bleiben. Wir haben jetzt schon viele Jahre, wo Snap aktiv entwickelt wird von Canonical. Es fließt irrsinnig viel Geld hinein. Viele Entwickler haben Snap-Pakete implementiert und nutzen auch die Möglichkeit der vielfältigen Distributionsmöglichkeiten über den Store. Und die logischen Vorteile eines Containers überwiegen meiner Meinung nach natürlich immer. Natürlich bleibt hier ein gesamter Beigeschmack hier, weil das alles proprietär und von Canonical verwaltet wird. Das heißt, hier hätten wir einen Single Point of Failure, würde mal Canonical hier ausfallen, wären alle Linux-Distributionen betroffen, die eben auf Snap aufsetzen. Und genau daran stört sich eben auch Linux Mint. Wäre im Prinzip so, wie wenn der App Store von Apple, Microsoft oder Google ausfallen würde, würden alle Betriebssysteme von den verschiedenen Android-Versionen und so weiter betroffen wären oder iOS-Versionen natürlich. Zudem ist das noch der größte Streitpunkt dazu. Alternativen wären hier zum Beispiel Flatpack, das ähnlich wie Snap aufbasierend ist. Jedoch haben wir hier die Möglichkeit, auf eigene Server zu setzen. Und das Ganze ist, glaube ich, soweit Open Source. Eine weitere Möglichkeit wären noch die App-Images. Diese haben keine Paketverwaltung an sich per se mit. Jedoch können wir dann zum Beispiel mit dem App-Image ein Container erstellen, wo wir keine Containerverwaltung haben. Wir können die Datei dann einfach herunterladen beim Hersteller und dann einfach so installieren. Kann man sich eben vorstellen, wie man früher einfach ein Programm installiert hat, hat sich die Excel-Datei von einer Webseite des Herstellers runtergeladen und dann ganz normal installiert. Er hat alle Pakete mit installiert im System und das hier ist bei App-Image in einem Container gesammelt, ohne Paketverwaltung dabei. Diese Möglichkeiten gäbe es noch als Alternative. Man muss auch bedenken, das betrifft bei Canonical ja auch viele Unternehmen, viele Systemadministratoren, die eben Ubuntu einsetzen. In Unternehmen gibt es ja einige. Ubuntu gehört ja zu den größten Linux-Distributionen weltweit und hier vereinfacht das die Distribution ungemein, weil gerade in Unternehmen gibt es immer wieder bei größeren Unternehmen unterschiedliche Landschaften und hier kann man dann sagen, okay, spielt jetzt keine Rolle, ob ich Ubuntu 16, 18, 20 habe. Meistens läuft es dann auf demselben System, natürlich in diesem Zeitraum der Support und der Verwaltung für die Maintenance-Updates. Ja, soviel auch zum Thema meiner Meinung dazu. Also ich bin jetzt nicht skeptisch gegenüber Snaps selbst. Wenn man sich damit befasst, ist es nicht unbedingt Schlechtes. Wenn man eingefleischter Linux-User ist, enthusiast und sich vielleicht auch von Snap trennen möchte, kann man das gerne machen, aber ich werde jetzt sicher nicht hergehen und zu meiner Mutter sagen, ja, nutze keine Snaps, sondern nutze irgendwas anderes, nutze Flatpacks und so weiter. Nein, die geht einfach in den Store rein, installiert sich das Programm, was sie braucht und ist glücklich, dass sie von einer Vielzahl von Programmen Auswahl hat und auch von einer Vielzahl von kleinen Games und so weiter und sich nicht darum kümmern muss, ist das jetzt ein Paket von Flatpak, Snaps, App-Image oder sowas, sondern ein System, das einfach läuft und genau auf das kommt es an und es dient, glaube ich, auch der Verbreitung dann von Linux-Desktop und genau deshalb sind wir alle hier, dass wir diesen Linux-Gedanken in die freie Welt hinaustragen. Gut, wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da, Kommentar in den Kommentarfeldern nach unten und hoffentlich sehen wir uns dann in einem der nächsten Videos bald wieder. Du kannst auch gerne meine anderen Videos anschauen oder einen meiner Linux-Kurse besuchen auf Udemy. Ja, das war es jetzt soweit von mir heute und bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao! Untertitelung. BR 2018